Musik 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 Ja, meine Motivation ist, dass wir der Stadt was Gutes tun, weil soziale Aktionen wichtig sind. Musik Wir haben Spaß beim Malen. Musik Wir versuchen die Sportanlage richtig schön sauber zu machen. Musik Musik Und erst mal kam dann keiner und nach einer Zeit dann aber doch. Und dann haben die uns alle reingeholt, haben uns das so ein bisschen gezeigt, erklärt und dann haben wir auch gleich angefangen. Musik Wir arbeiten für die Stadt, also wir machen hier am Rathaus die Grünflächen sauber. Wir helfen hier halt eigentlich so ein bisschen größtenteils das Laub wegzumachen. Musik Musik Vor einer Stunde sah es wie eine Katastrophe aus. Jetzt sieht es immer besser aus. Musik Wir machen das halt so, damit sie sich freuen. Musik Musik Wir sind voller positiver Energie. Musik Einfach der Gedanke, was Gutes zu tun. Musik 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 Ich würde anderen das auch weiterempfehlen, eine soziale Aktion zu machen. Weil man einfach das, was Jesus meint, anderen Leuten zu helfen, wirklich praktisch anwendet. Musik Wir sind schneller als erwartet, also wir sind alle hochmotiviert, sonst wären wir wahrscheinlich nicht so schnell. Also es ist gehorchen. Ja, morgen ist eh wieder alles, freu mich hin. Aber egal, wir machen das ja. Für Gott. Musik 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 Musik